willkommen trader zum blick in die märkte am dienstagmorgen es ist pünktlich 8 uhr 30 und wir werfen einen blick auf den dax wir schauen in austral dollar japanischen yen euro norwegische krone und neuseeland dollar kann dollar all das und gerne wie immer auch den ein oder anderen wunschmarkt gleich hier in den nächsten minuten auf alle fälle vorher noch der risikohinweis der handel mit gewiesen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen das bitte ich alles hier wie immer auch in gänze zur kenntnis zu nehmen und damit von meiner warte auch gleich noch die tagesnachrichten hinterher geschoben wir sehen es heute haben wir feiertag in japan das müssen wir nachher auch so ein bisschen im hinterkopf behalten wenn wir uns das währungspaar austral dollar japanischer yen mit anschauen ansonsten aus großbritannien um 12 uhr gibt es die conference die cbi industrielle trendumfrage hier conference board ist was anderes das kommt aus den usa und auch nicht heute aus den usa gibt es aber heute wieder die ein oder andere nachricht um 16 uhr hier wir sehen es die mit drei bullenköpfen versehen verkäufe bestehender häuser 19 uhr spricht ein fomc mitglied irgendwann im laufe des tages bekommen wir noch den us-haushaltssaldo und um 22 uhr 30 so einen kleinen einblick in das was am rohöl lager bestand im api los ist da hatten wir letzte woche einen sehr sehr starken zuwachs schauen wir mal ob es diese woche genauso ist in der vergangenheit war es immer so gewesen dass die folge woche nach so einem starken zuwachs immer etwas mehr abnahmen hat aber da müssen wir gucken was bei rauskommt und das ganze dann sehen was der ölpreis daraus macht wir haben ja gestern mal ins brand geschaut da ging es dann tagsüber schon ein bisschen leicht nach unten freue mich auch über viele guten morgen grüße elema good morning nice to see you here in my webinar olaf elena hallöchen und wie immer wie schon gesagt falls ich noch nicht gesagt habe fragen rein in die chats bitte direkt auf go to webinar oder natürlich im facebook live stream schauen wir in die charts hinein hier an dieser stelle starten wir mit dem währungspaar austral dollar japanischer yen dieses währungspaar haben wir vor ein paar tagen schon mal miteinander besprochen und zwar hatten wir damals die situation nach diesem schönen schub nach oben die korrektur hier unten das low um die marke von 71 74 danach kann der schub nach oben und dann die kurse hier ein bisschen verweilt in diesem außenstab in dieser außenkerze hier besehens das ganze wie schon gesagt in der bullischen verortung das heißt von der seite her hatten wir damals gesagt sind die wahrscheinlichkeiten gegeben dass wir durch die oberseite ausbrechen und in richtung der übergeordneten ja sag ich mal stimmung die hier zwischenzeitlich auch entstanden ist läuft und so ist es auch gekommen wir sind hier in der letzten woche drüber geschoben und haben sozusagen diesen kleinen untergeordneten trend ich habe den mal magenta farben mit eingezeichnet hier an dieser stelle sind wir schön weitergelaufen mittlerweile ist es halt dazu gekommen dass wir hier das alte zwischenhoch bei 74 49 4 überschritten haben das heißt es hat sich nicht nur dieser kleine trend hier gebildet und fortgesetzt nein der hat es auch geschafft einen etwas größeren trend zu bilden und damit sind wir auf tagesbasis in einem richtungsgebenden aufwärts trend und dieser aufwärts trend hat durchaus deutliches potenzial zur oberseite hin wir müssen jetzt nur mal schauen wie fix es hier weitergeht weil wir haben ja hier jetzt zwei trends auch ineinander laufen wir haben einmal den bewegungstrend das ist das was ich hier in magenta farben markiert habe und dann natürlich den grünen aufwärtstrend hier auf tagesbasis gucken wir mal im kleinen die anlaufmarke zur oberseite hin erst einmal hier als wir diesen abwärts schwung hatten da hatten wir hier das große bruchlevel da haben wir noch einen möglichen anlaufpunkt wo orders warten könnten die marke hier 75 15 und etwas oben drüber bei 75 60 das kommt aus der stunde da schauen wir uns dann auch gleich noch mal an eine marke vor dem nächsten hoch hier das ist ein widerstandsbereich bei 76 20 in etwa das kommt aus der woche wenn wir uns mal eben kurz den wochentrend anschauen wollen dann haben wir hier den wochentrend nach unten laufen und das war halt ein wichtiges korrektur level in diesem trend aus diesem grund steht dieser widerstand jetzt da heißt also wir laufen auf tagesbasis schön nach oben in richtung dieser linie dieses widerstandes wie schon gesagt kurzfristig kann immer wieder korrektur einsetzen weil die bewegung halt irgendwann auch mal umkehren kann und in die korrektur hinein laufen kann kommt es dazu müssen wir schauen wie tief es läuft wie schon gesagt wir haben nach unten relativ nahe liegende punkte hier ein marker der da wichtig ist sind die 74 06 wir schauen dazu allerdings gleich auch noch mal auf die stunde hinauf hier haben wir es drinnen laufen also hier in der stunde sehen wir schön den aktuellen bewegungsarm in seinem trendigen verlauf der läuft schön nach oben und wie schon gesagt dieser trend ist weiterhin absolut intakt und wie schon gesagt das war hier das letzte low was wir haben wenn wir uns hier dann oben drüber fortsetzen müssen wir diese linie hier unten natürlich auch ein stück weit nach oben ziehen das heißt wenn das da oben auch bestätigt wird hier haben wir dann sozusagen eine marke wenn wir da drunter laufen dann fängt halt die korrektur an weil der bewegungstrend beendet worden ist und dann können wir uns ein stück weit auf der unterseite austoben das heißt von dieser stelle dann kommen die bewegungstiefs hier also die trend tiefs dieser bewegung mit ins spiel und hier das sind halt die marke ungefähr 74 06 und hier unten das level crop über den down bei 73 japanischen yen die wir da haben das wären mal marke interessant ist auch dann zu sehen wenn es in die korrektur jetzt schon laufen sollte wie sich der markt hier verhält am ausbruchslevel hier da als sich dieser trend gebildet hat der magenta farbene im größeren das wäre interessant hier das ist die marke von 73 95 das sehen wir auf dem tag ganz schön da hat sich dieser trend gebildet das ist immer noch interessant oft werden diese level ja auch getestet also wir sehen es wir sind hier weiterhin oder mittlerweile deutlich in den bullischen bereich hineingelaufen haben ordentlich potenzial nach oben hin und wie schon gesagt noch läuft der bewegungstrend nach oben und so lange wie der läuft ist das potenzial dahin auch weitergegeben ansonsten nach einer korrektiven phase die kann man natürlich auch treten diese korrektur dann immer in die kleineren zeiteinheiten wenn die stunde gebrochen ist das ist dann korrektive phase ansonsten wie schon gesagt die marke nach oben haben wir definitiv da schauen wir weiter in den währungspaaren schauen wir auf neuseeland dollar kann dollar hier nehme ich im chart gleich auch noch mal die runden marken raus wie schon gesagt die brauchen wir nicht das ist manchmal hilfreich wenn man sich in die c's anschaut aber hier im währungsbereich schaut das ganze etwas anders aus neuseeland dollar kann dollar auf der uhr die richtung aktuell noch abwärts gerichtet wir sehen es hier das hier der letzte schub vom trend verlauf und hier oben da ist es das ist sehr sehr wichtig dieses dieses level um das aktuelle korrektur hoch hier oben das ist die marke von über den daumen 0 84 1 da sehen wir da hat der markt in letzter zeit öfter mal oben angeklopft aber immer wieder abverkauft ja gestern haben wir hier das gleiche bild gesehen wir sind oben reingelaufen haben angeklopft und immer wieder abverkauft das ist eine marke die ist gar nicht so einfach rauszunehmen schafft der markt aber drüber das wäre interessant weil was wir gerade sehen ist ja dass wir wieder in dieses level reingelaufen sind und aktuell auch über das tageshoch von gestern das wird jetzt hier gerade ein bisschen verdeckt das haben wir liegen auf der marke von das hoch haben wir bei 0 84 1 1 6 liegen und das ist interessant schafft der markt nämlich tatsächlich nach oben dann wird sehr sehr spannend was passiert an diesem kleinen spiker hier bei 0 84 3 79 schaffen wir es drüber dann ist der weg frei dann haben wir aus erster sicht einen neuen aufwärtstrend weil aus technischer sicht haben wir hier ein höheres hoch hier ein leicht höheres tief und wenn wir tatsächlich oben drüber laufen dann haben wir ein zweites höheres hoch das ist mal per se die definition für einen aufwärtstrend und damit haben wir das potenzial nach oben auch geöffnet der weg ist dann geebnet nächster anlaufpunkt hier erst einmal für den verlauf auf die bullische richtung bei 0 85 0 19 das ist das hoch hier an dieser korrektiven stelle hier dass der weg nach oben bricht es nach unten weg das heißt kommt es doch tatsächlich wieder so wie in den ganzen letzten versuchen dann müssen wir uns ein bisschen nach unten orientieren der wegbruch sieht dann so aus dass wir hier und das tief von gestern laufen beziehungsweise das tief von heute und dann sind anlaufpunkte im stunden trend zu sehen und das sind ja mal hier die marke um die 0 83 3 27 und die 0 82 9 13 das wären mal erste anlaufpunkte selbstredend natürlich dann mittelfristig auch noch die unterstützung hier bei 0 82 3 70 aber so weit ist es noch nicht aktuell sehen wir dass der markt nach oben will das sehen wir auch schön im verlauf der stunde gebt mir kurz hier ich muss noch ein bisschen zoomen da ziehen wir das mal etwas größer hier sehen was der schwingt so ein bisschen leicht nach oben der markt hier und jetzt sind die halt auch schön oben rausgelaufen das level hier unten um diesen bereich hat gehalten hier in diesem swing low bereich um die 0 83 6 und damit sind wir wirklich schön nach oben unterwegs und wie schon gesagt wenn wir es tatsächlich oben drüber schaffen das wäre dann interessant zu sehen weil dann haben wir hier ein wirkliches level rausgenommen und dann die chance auf trend bildung und wir wissen ja junge trends haben oft die chance ein gutes stück zu laufen das kann man sich hier gut und gerne zu nutze machen und damit gehen wir noch in das dritte währungspaar für heute und zwar haben wir da das währungspaar euro norwegische kronen hier auch ein schöner verlauf grün markiert der aktuelle bewegungstrend und hier an dieser stelle wieder mal zu sehen die charttechnik gibt uns immer wieder hinweise wann es nach unten laufen könnte das heißt wann so eine bewegung die wir gehabt haben etwas zu alt geworden ist und den hinweis darauf haben wir hier mit dieser doji kerze bekommen am freitag letzter woche und gestern sind wir dann unter die doji kerze gefallen das heißt diese doji kerze wurde bestätigt der markt läuft nach unten und wir haben jetzt die korrektur dieser aufwärtsrichtung im gange das heißt korrigiert wird natürlich dieser laufende bewegungstrend plus natürlich das größere bild weil wenn die kurse fallen ist das halt die korrektur die frage ist halt nur wie tief wird korrigiert anlaufmarke haben wir hier auf richtung der unterseite einmal hier oben um die 10 0 96 das ist das level als sich dieser größere trend hier gebildet hat und ganz knapp drunter haben wir das trendfortsetzungslevel hier dieses richtungsführenden trends momentan auf tagesbasis das ist hier die marke um die 10 0 8 5 da haben wir erste anlaufpunkte wenn wir tatsächlich hier unten drunter laufen das heißt wenn wir uns das mal anschauen dieses level hier unten also hier dieses hier unten das hier unten das ist hier der bereich den müssen wir unterschreiten dann setzt sich nämlich der abwärtstrend nach unten in fort ich mache die linie mal ganz kurz magenta weil wir schauen mal eben in die stunde diesen bewegungsarm weil das was sich jetzt hier als trend auf tagesbasis bietet der letzte bewegungsarm ist das hier hat sein hoch gefunden bei 10 24 3 hatte das low bei 10 0 0 6 das ist der bewegungsarm und den trend des ganzen den sehen wir sehr sehr schön auch hier wieder in der stunde ja manchmal muss man in andere zeiteinheiten schauen aber es ist auf alle fälle da und was haben wir hier gesehen wenn wir es etwas kleiner zoomen sehen was wahrscheinlich besser das hier ist der bewegungstrend den es nach oben geschoben hat und der letzte schub hier an dieser stelle sozusagen war hier die korrektur des ganzen und dann ging es noch einmal ein stück nach oben hier oben rein jetzt noch mal einen kleinen schwung unten drunter gegeben aber es ist jetzt hier raus der markt ist nach unten getrendet und wie gesagt wenn sich das ganze bild fortsetzt nach unten hin dann wären wir hier definitiv in dem weiterverlauf der korrektur und das spricht dann sozusagen dafür dass der markt nach unten weiter laufen will also wir trenden ja hier an dieser stelle auch schon nach unten schaut hier haben wir die erste bewegung gehabt hier die korrektive phase hier an dieser stelle jetzt den schub nach unten und das was wir jetzt hier sehen ist die korrektur und wenn das ganze wieder rumdreht dann haben wir die chancen weiterhin zur unterseite hin am laufen wer das ganze reden möchte in dem stil wie ich es auch trader heißt hat wir schauen hier in die kleinere zeiteinheit weil die stunde gibt mir jetzt hier die abwärtsrichtung vor wenn die korrektur treten möchte das heißt wir laufen in den fünf minuten hier schon eine halbe ewigkeit seitwärts das heißt wir haben jetzt hier an dieser stelle auch immer wieder so ein seitwärts trend hier laufen es ist ja kein trend es ist ja es ist ja eine phase sozusagen eine seitwärts phase in der wir hier den markt haben also das heißt schaut wir haben es hier und hier haben wir so ein bisschen so eine art seitwärts lauf war es das immer manchmal ein bisschen schwierig hier so kommt auch hier er will nicht ich hoffe man kann sehen was ich meine also hier diesen leicht seitwärts verlauf den wir hier an dieser stelle haben da läuft der markt einfach ein stück weit nach drüben und wenn der bruch nach unten kommt das ganze vollzieht zur unterseite hin dann haben wir das ganze am weglaufen und hier müssen wir einfach mal schauen guckt euch das jetzt an das was wir hier haben das ist die gegenbewegung die korrektive phase ich mache das auch mal kurz hier in magenta farbe so da haben wir es drinnen heißt also hier wenn wir uns das mal anschauen hier da hat sich der entsprechende aufwärts trend in den fünf minuten gebildet da ging die korrektur sozusagen los der abwärtsgerichteten stunde und das all das was wir jetzt hier drüben sehen ja ist die tatsache hier unten hatten wir das aktuelle trend tief jetzt lief der markt hier hoch er kommt nicht drüber das ist dieses seitwärtsgeplänkel und sobald wir hier unten drunter durchlaufen dann sieht es nämlich so aus dann haben wir hier noch einmal einen schub nach oben gehabt kein höheres hoch an dieser stelle und wenn es dann nach unten geht dann haben wir die fünf minuten wieder abwärts laufend auch mit einem trend der nach unten geht und dann haben wir die markt schon nach unten also sollte der markt jetzt hier direkt rumdrehen dann wäre das das initial signal dass die stunde wieder nach unten abläuft und dadurch die bewegung beziehungsweise ja die bewegung des stundentrends hier nach unten fortgesetzt wird und damit setzt sich dann sozusagen auch die korrektur des tages auf der unterseite fort und das wäre dann im kurzfristigen bereich das zeichen dass wir uns weiter nach unten orientieren interessant ist es dann natürlich was passiert hier am tagestief von gestern kommt dort tatsächlich schwäche rein haben wir schön aus einer tiefen korrektur nach unten getradet und wie schon gesagt das potenzial was wir hier zur unterseite haben ist ja auch zu sehen wir haben jedoch einige an unterstützungen liegen also das ausbruchsbereich das trend level hier unten das korrektur tief dann hier den ausbruchsbereich von diesem aktuellen führenden trend auf tagesbasis dann haben wir hier unten auf dem blick der stunde noch ein level liegen um die 10 0 33 7 also all diese marken bieten uns anlaufpunkte auf der unterseite und da müssen wir einfach schauen wo die korrektur hingeht potenzial sehen wir auf alle fälle dass also hier zu unseren drei handelsideen am heutigen morgen dann schaue ich noch mal ganz kurz in die chats hinein ob wir fragen haben so da sehe ich aktuell keine fragen ich hoffe ich übersehe nichts aber ich sehe jetzt alle kommentare auch da eingeblendet das heißt an dieser stelle schauen wir mal von den handelsideen noch in den dax hinein das hatte ich ja vorhin auch mit avisiert interessant apropos was wir hier sehen beim dax der dax steigt und der euro steigt auch das ist echt eine interessante geschichte das haben wir auch nicht jeden tag das heißt an dieser stelle ist das schon eine schöne sondersituation wir haben jetzt hier auf alle fälle mal rausgenommen den laufenden abwärtstrand also diesen arm den wir hier nach unten haben diesen bewegungsarm wenn wir uns mal ganz kurz hier im euro die woche anschauen dann sehen wir ja wie die woche hier nach unten trendet und das letzte korrekt hoch auf der woche das haben wir halt hier oben gehabt im bereich um die 1 14 das heißt das was wir jetzt sehen ist dass dieser arm hier der oben angefangen hat und bis runter auf die marke von 1 0 8 7 9 1 geführt hat das ganze teil wird jetzt korrigiert und das ist das was wir auf tagesbasis sehen also hier sehen wir mal schön den trend nach unten laufen den bewegungstrend hier für die woche hier hat man das hoch gehabt und da sind wir wirklich mit dynamischer bewegung drüber gelaufen und das wird jetzt sehr sehr interessant nach oben hin ist wie schon gesagt viel potenzial noch da mal schauen was der markt abhält wir haben hier auch ein paar anlaufpunkte oben hin das bleibt auf alle fälle eine sehr sehr spannende geschichte wenn wir uns den dax sage ich schon mal den euro hier an dieser stelle auch anschauen wir haben mittlerweile auch nur ordentlich weit gelaufene bewegung also es würde uns oder mich nicht wundern wenn wir hier auch mal einen gegenschub nach unten bekommen aber wir sehen es halt es bleibt auch im euro immer wieder so dass wir regelmäßig neue trading ideen rausziehen können und das ist natürlich sehr sehr interessant wenn man sich das hier das ganze den letzten schub mal anschaut für die kleinere zeitanheit dann sehen wir halt hier oben momentan wirklich das ist dieser trend der hier nach oben gelaufen ist und hier aus reiner technischer sicht sind wir halt hier in den korrekturbereich reingelaufen hier haben wir noch mal ein neues hoch gewagt und jetzt sind wir sozusagen alt und das tief drunter gelaufen hier unter diesen tiefbereich da haben wir auch hier sozusagen ein level als wir immer mal so ein bisschen angehalten sind hier in diesem bereich und wenn der markt jetzt tatsächlich hier nach dem schub direkt nach unten hintritt haben wir erst mal einen kleinen gegentrend hier und das zeigt uns dann korrektur an und dann haben wir etwas potenzial zur unterseite da können wir uns wieder schön an diesen alten trend tiefs hier orientieren und damit schwenken wir mal rüber in unseren leitindex hier bei uns in deutschland den dax den ja immer wieder viele viele auf der uhr haben und hier sehen wir schön an dieser stelle auch diesen hervorragenden fortlauf wir haben es ja gesehen hier unten als wir das level hier raus genommen bei knapp 12.500 zählern wie schön und sauber wie auch über diese beiden widerstände hier oben drüber gelaufen ist und jetzt stabilisiert sich der markt tatsächlich nicht nur hier leicht oben drüber sondern er geht auch nach oben hin das zwischen spike high haben wir hier gehabt um die marke von wo ist gewesen 12.815 zählern das haben wir letzte woche gesehen und danach ist der markt direkt wieder abgelaufen das war die zeit als das thema brexit kam der brexit deal der mit brüssel durchgehandelt wurde da ist der markt natürlich schön nach oben geschwungen und danach hat er wieder rumgedreht und jetzt wird es halt interessant im kurzfristigen bereich zu sehen was hier passiert kommt hier oben nämlich stärke rein dann könnte es relativ schnell gehen dass wir uns weiter nach oben orientieren und dann schauen wir mal hier mit dem fadenkreuz das nächste anlauf level ist gar nicht so weit weg hier drüben haben wir kleinen zacken außen im korrekturlauf nach oben und das haben wir hier oben um die marke von knapp 12.910 also es bleibt wirklich sehr sehr interessant auch mit blick in den dax so gut damit rein in den handel wir haben noch zehn minuten bis der offizielle handel hier in deutschland startet dann geht der dax auch los wenn die händler ihr kapital in den markt reinbringen der euro auch unsere anderen handeln sie den haben wir miteinander besprochen und damit würde ich sagen schauen wir einfach mal was der tag so bringt danke für die zeit und die einladung steht auch für morgen wieder 38 live hier im webinar besprechen wir natürlich aktuelle charts situationen und neue handelsideen das ganze wie immer kostenfrei und hochinteressant bei tickmill deutsch auf der facebook seite beziehungsweise über den go to stream und alle die das ganze noch nicht live betrachten bitte gebt der website beziehungsweise der facebook seite von tickmill deutsch einfach ein like und da wird nichts mehr verpasst oder auch die anmeldung zum go to stream danke für heute morgen und bis dahin allen gute zeit tschüss bis dahin allen gute bis dahin bis dahin bis dahin